Gut, wir fangen heute an mit dem Thema Statistik, was ein Teilgebiet der sogenannten Stochastik ist. Manche trennen es auch, es ist nicht schlimm. Statistik, statisch, da ist etwas geschehen, das ist nicht mehr änderbar. Statisch heißt, das ist so und bleibt so. Also, wenn wir dann uns mit etwas, was schon passiert ist, beschäftigen, könnte man sagen, die Statistik hat die Hauptfrage, was war. Und die Stochastik heißt eigentlich übersetzt, die Kunst des Erratens, wir merken uns, was wird sein. Die beiden hängen aber sehr schön zusammen, denn ich kann folgendes machen, ich kann sagen, was war, ach, das wird schon wieder geschehen und kann dann aus der Statistik ungefähr abschätzen, was wird sein. Aber, das hat alles keinen großen Sinn, denn es kann ganz anders kommen, das hatten wir eben gerade besprochen. Nur mal ein Beispiel, wenn sich ein Eisverkäufer im Sommer hinstellt und sagt, oh, gestern hatte ich gut verkauft, vorgestern hatte ich gut verkauft, stellt sich heute hin und plötzlich verkauft er gar nichts, weil es regnet, wie Teufel, weil es nämlich kalt ist, dann hat er sich darauf verlassen, dass heute wieder gutes Wetter ist. Dann kann er also nicht vom guten Wetter auf das schlechte Wetter schließen und sagen, ach, dann wird es wohl klappen am nächsten Tag und so weiter. Also man muss Randbedingungen immer beachten und das ist es. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Statistik, Stochastik kommt später. Um das herauszubekommen, braucht man irgendwelche Daten und da merken wir uns mal das Wort Uhrliste. Die Uhrzeit, wissen wir, das ist schon eine Weile her und eine Uhrliste beschreibt, was auch schon her ist. Eine Uhrliste, die könnte zum Beispiel so aussehen, dass man einen Zettel nimmt und eine Strichliste führt. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sieht man schön, dass es 5 ist. 1, 2, 3, 4, 5. Da könnte zum Beispiel einer an der Kreuzung sitzen mit einem Blatt Papier und Autos zählen oder Fußgänger zählen oder, oder, oder. Und dann steht hier eben 3 mal 5 plus 2, 17. Wenn er dann fertig ist, 17 mal Fahrrad. Einen anderen Zettel hat er 17 mal, äh, meinetwegen nur zwei Autos gesehen oder weiß der Kuckuck was. Also so sieht eine Uhrliste durchaus aus. Eine Uhrliste kann aber auch so aussehen, ähm, dass ich lauter Zahlen habe. 2, 5, 7, 3, 4, 9, 3, 4, 4 und so weiter und so fort. Also das ist eine ungeordnete Sammlung von Daten. Eine Uhrliste ist eine ungeordnete Sammlung von Daten. Wie die Daten sind, werden wir gleich sehen. Das können Zahlen sein, das können Striche sein, das können auch Buchstaben sein, das kann sonst was sein. Werden wir gleich sehen. Ungeordnete Sammlung von Daten, das ist eine Uhrliste. Gleich, ich schreibe mal UL. So, das bis dahin. Das werden wir jetzt nochmal ganz schnell durchdiskutieren. Wir werden nochmal sehen, äh, was da passieren kann. Wir haben jetzt mal gerade weiter diskutiert. Es könnte ja zum Beispiel einer an der Kreuzung sitzen. Und jetzt kommen wir, warum können da auch Buchstaben auf so einer Uhrliste stehen? Der hat sich vorgenommen, alle möglichen Autotypen zu zählen. Und er macht sich eine Tabelle vorher, sagt meinetwegen LKW, dann nimmt er bloß ein L, PKW, Transporter und weiß der Kuckuck was, sonstiges. Und macht dann hier entsprechende Striche. Je nachdem, wie viel vorbeikommt. Oder er sammelt Autokennzeichen und möchte wissen, wo die alle herkommen. Dann stehen dann L, R, O und H, W, I und alles solche Sachen. Und er macht dann hier wieder die Striche dazu und zählt die zusammen hinterher. Aber das sieht alles ungeordnet aus. Damit kann man auch nicht viel anfangen. Aber eins kann man an der Uhrliste relativ schnell sehen. Und zwar, jetzt kommen wir zu dem Wort Modalwert. Modalwert, da müssen wir erstmal was klären. Modalwert. Da steckt ein Wort drin. Mal sehen, ob ich es rauskriege. Wir haben jetzt mal zum Wort Modalwert einiges vorgetragen. Aber ich möchte mal ganz kurz hier auf so eine Uhrliste, auf den Kopf einer Uhrliste hinweisen. Und zwar oben drüber steht Wismar, Pöhl, Proseken und Vietnam zum Beispiel. Schüler einer Schule werden gefragt, wo bist du geboren? In Wismar. Und da werden entsprechend so die Strichlein gemacht, zusammengezählt. Pöhl, zwei in Proseken, einer und zwei aus Vietnam. Das könnte eine Klasse oder ein Teil einer Klasse sein. Gut. Mal eine Frage. Ist der, der in Wismar geboren ist, ein besserer Mensch als einer, der in Proseken oder Vietnam oder sonst wo? Das ist Quatsch. So eine Frage zu stellen ist Blödsinn. Okay. Das möchte ich aber vorwegsetzen. Das ist ja das Schicke an der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir hier Worte zusammengetragen und zwar zum Modalwert. Wo steckt noch M-O-D drin? Mode, Modus, Modell oder Model. Moderation, Moderator und Modern. Wenn etwas Mode ist, plötzlich tragen es alle, ne? Oder haben alle einen entsprechenden Haarschnitt, Haarfarbe, weiß der Kuckuck was. Neuerdings ist es Mode, dass junge Männer so um die 30 einen Bart haben. Mittlerweile in der Werbung, alle haben einen Bart, komischerweise. Mindestens unrasiert. Modus sage ich dann. Ein Modell ist etwas, was uns vorgesetzt wird, wo wir sagen, darin kann man sich orientieren. Eben hat man schon das Wort Moderator und Moderation, wo es lang geht. Und modern drückt ganz besonders aus. Wo geht es lang? Da wird etwas vorgegeben. Es wird direkt was vorgegeben. Noch was anderes. Wahrscheinlich habt ihr auf dem Computer mal, manchmal, solche Fenster gesehen. So kleine Fenster. Und da steht dann bloß ein Knopf drauf. Ja oder nein oder bestätigen. Also in der Mitte dann OK drücken. Und da hier oben drüber steht eine Frage und tralala und trapsasa. Hier das übliche Kreuz. Und hier muss man dann was tun. Wenn man da nicht drauf drückt, geht gar nichts weiter. Das nennt man modales Fenster. Modales Fenster. Also wenn so ein modales Fenster kommt, bestimmt das Fenster, geht das Programm jetzt weiter oder geht es nicht weiter. Kann ich auf eine Seite klicken, kann ich nicht drauf klicken. Kann ich etwas schließen oder nicht schließen an Programmen. Geht der Computer ganz aus oder nicht aus und so weiter. Das modale Fenster lässt nicht zu, noch woanders hin zu klicken. Da wird bestimmt, wie geht es jetzt lang. Keine Chance, was anderes zu machen. Die Mode, die bestimmt uns auch. Die Moderation, der Moderator, der bestimmt, wo es langläuft. Was wird denn dann der Modalwert sein? Von den vielen Werten hier oben in der gelben Überschrift. Was wird denn hier ein Modalwert sein? Ich glaube, ihr ahnt es schon. Jetzt haben wir es geklärt. Hier in unserem gelben Beispiel hier, gelb unterliegten Beispiel einer U-Liste, wo Leute geboren sind. Da kann man nicht sagen, dass es, also die Wismarer sind Besten und die Prosegner, die sind die ganz Dummen oder so. So etwas gibt es nicht. Hier kann man keine Wertung treffen in Form einer Qualität. Bei Zensuren ist eine gute Zensur qualitativ besser. Aber hier geht das nicht. Aber eins ist, der Modalwert hier, dieser Modalwert, oh, pardon, dieser Modalwert, ich wollte einen anderen Stift nehmen, dieser Modalwert hier ist der Wert, der in einer statistischen Erhebung vorherrscht. Und zwar in diesem Fall, die meisten sind in Wismar geboren. Ohne, dass ich sage, das ist gut oder schlecht. Ich kann auch bei der Mode nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Das ist zwar Geschmackssache, aber wenn Sie nun mal alle einen Bart haben heutzutage, dann heißt es ja nicht, dass das lauter schlechte Menschen sind deswegen. Also, rein rechnerisch, und da rechnet man wirklich einfach bloß zusammen, und hier hätten wir meinetwegen 15, 18, da hätten wir hier 18, die in Wismar geboren sind, das ist der Modalwert. Ich mache es mal ein bisschen deutlicher. Hier diese 18. Das ist in diesem Fall der Modalwert. Nehmen wir mal uns diese Liste vor, da hätten wir hier 5 aus dem Landkreis Rostock. Die herrschen vor. Die meisten sind Rostocker, die diese Straße lang gefahren sind. Auch wenn es hier lächerlich erscheint, hier waren es die meisten LKWs. Ohne, dass man sagt, ein LKW ist was Gutes. Wenn man die beiden, das ist eine Liste hier, das ganze Ding hier ist eine Liste, wenn man die beiden Listen vergleicht, sagt man, naja, 17 Autos, 2 Fahrradfahrer, oder, ich weiß es nicht. Hier, hier kann man, Achtung, hier müssen wir aufpassen, welcher Wert herrscht hier vor? Man denkt nämlich zu Anfang, hurra, die 9 ist es. Wer herrscht hier am meisten vor? Ich mache es mal noch ein kleines bisschen deutlicher, ich schreibe mal noch eine 4 hier hin. Und jetzt müsste eindeutig klar sein, welcher Wert hier wirklich vorherrscht. Hier, 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 hier. Eben hatten wir noch 3, 3 und 3, 4. Ich mache es mal so, damit es deutlicher ist. Hier herrscht der Wert 4 vor, das ist der Modalwert. Also immer, wie viele am meisten von einer, na, ich möchte das Wort noch nicht sagen, wie viele Werte am meisten vorhanden sind, ohne, obwohl ich hier vielleicht eine qualitative Aussage habe, ohne sich auf die Qualität selber zu beziehen. Gut. Äh, Modalwert. Noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, eine, ich habe eine normale Schulklasse, ich habe 4, 1, 16, 2 und keine 3, 4, 5, aber 5, 6. Bannerwetter, ist das furchtbar, denkt jeder. Hintergrund ist, da waren dann eben zum Beispiel Schüler, die haben sich gesagt, wir lernen nicht, haben versucht, die anderen aufzuhetzen und wir schreiben extra eine 6, damit die Arbeit schlecht ausfällt, dann ärgert sich der Olle. Naja, gut. Wer sich ärgert, ist jetzt eine andere Sache. Ich mache mal kurz Pause und wir errechnen mal ganz schnell den Durchschnitt, den normalen Notendurchschnitt. So, wir haben uns jetzt gerade geeinigt, wie rechnet man einen Durchschnitt aus, wenn ich, wenn das hier nur meine Zensuren wären, rechne ich alle Zensuren zusammen und sage, das entspricht dann, zusammen 17, durch 1, 2, 3, 9 Zensuren, habe ich einen Durchschnitt von knapp 2, 1, und. Also ungefähr Durchschnitt des 2. Wenn ich hier 1 plus 1 plus 1, so wie ich hier einzeln zusammenzähle, kann ich auch sagen, 4 mal 1 sind 4. Ich könnte 16 mal sagen, 2 plus 2 plus 2 und so weiter. Also sind das 32. Und hier die ergibt folgendes, das sind 66 zusammen durch 25 Zensuren. Ich habe hier 4 plus 16 Leute, sind 20, also 25 Leute. Das ist ungefähr 2,6. 2,6 ist nicht doll, das ist 3. Durchschnitt 3 in der Arbeit. Aber mal eine andere Frage. Was ist denn der Modalwert? Gucken wir uns den mal an. Die Klasse ist nicht super, dann hätten sie alle Einsen. Die Klasse ist aber auch nicht mittelmäßig. So wie 2,6 ist ungefähr 3, ein Durchschnitt von 3. Aber die Klasse ist wirklich gut. Ja, der Modalwert, der hat also was. So, wir machen jetzt mal, wir erstellen jetzt gerade mal eine Uhrliste, wir nehmen uns mal eine Klasse, wir haben uns da mal ein paar Zensuren aufgeschrieben und wollen mal anhand der Zensuren eine Uhrliste machen. Und zwar macht es sich günstig, einer liest vorrang, der andere macht Striche. Fangen wir bitte an. Halt, ich bin nicht so schnell. Die letzte? 3, 2, 4, 5, 3, 3, 1. Gut, so jetzt ist es denkbar ungeordnet. Bei den 3 1, da kann man sagen, das geht. Hier habe ich zufälligerweise einen 5er Strich gemacht, also das sind 9, das geht. Also haben wir hier 3 1, hier haben wir 9 2, hier ist ein Fehler drin. Hier muss ich einen wegstreichen und hier dafür ersatzweise einen Strich machen. 1, 2, 3, 4 und der fünfte ist dann immer der Durchstrich. Dann habe ich hier 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 1, 5 und keine 6. So, und damit kann man jetzt wieder was anfangen. Jetzt können wir praktisch auch einen Durchschnitt da rechnen und mal gucken, was ist das für eine Klasse. Ist es gut, ist es schlecht, ist es mittelmäßig, ist es sonst was. Das machen wir jetzt mal in Ruhe. So, das war ein bisschen schnell vorgelesen, wir haben das jetzt eben nochmal korrigiert. Das heißt also, wir hatten 4 1 in der Klasse. Wir wollen ja auch den Spaß richtig machen. Das waren dafür 8, das sind 9. Hier stimmt es und hier stimmt es. So, was kann man jetzt daraus machen? Seht ihr schon den Modalwert? Ich glaube, man sieht ihn. Hier ist er. Das ist der Modalwert. Das heißt, es herrscht vor, die Note 3. Knapp gefolgt von der 2. Wir werden dann mit dem anderen Begriff noch etwas besser an die ganze Sache rangehen können. Aber wir sehen, und es scheint so, als wenn das eine mittelmäßige Klasse wäre. Eine mittelmäßige. Naja, errechnen wir mal, ich mache mal schnell Pause, errechnen wir mal ganz schnell den Durchschnitt. So, Modalwert, hat man gesagt, ist 9, gefolgt von 8,2. Und komischerweise ist der Durchschnitt 2,5. Gucken wir uns nochmal das andere Beispiel an. Hier sagt der Modalwert deutlicher, dass es eine gute Klasse ist. Obwohl der Durchschnitt noch ein bisschen schlechter ist. 2,6, weil wir hier 5,6 absichtlich haben. Also Modalwert im Durchschnitt, wenn die gar zu sehr voneinander abweichen, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber, nochmal, eigentlich dürfen wir hier gar nicht mit dem Modalwert arbeiten. Warum? Warum darf man hier bei solchen Dingen eigentlich nicht mit dem Modalwert arbeiten? Warum man es nicht machen darf? Erinnern wir uns nochmal, es ist kein Verdienst in Wismar geboren zu sein oder in Vietnam oder in Prosegmin, Pödo, sonst wo. Wenn wir keine qualitative Aussage machen können, wenn wir nicht sagen können, das ist was Besonderes da geboren zu sein oder da hat er für gearbeitet da geboren zu sein oder sonst was. Also, da ist keine Qualität dahinter, sondern es ist lediglich ein vorherrschender Wert. Dann dürfen wir den Modalwert nehmen. Wenn wir das vermischen und versuchen mit qualitativen Aussagen in Verbindung zu bringen, können wir ganz schön weit auf die Nase fallen. Hier hatten wir Glück gehabt, hier sagt der Modalwert was Gutes aus. Modalwert bitte nicht bei Qualitäten nehmen. Zensuren sind Bewertungen der Qualität, wie gut etwas ist. Es ist aber nicht gut oder schlecht, irgendwo geboren worden zu sein. So, und genau das haben wir jetzt hier auch mit nachgewiesen. Na klar, Modalwert und Durchschnitt, die liegen immer ungefähr beieinander, immer irgendwie. Aber richtig im Zusammenhang bringen dürfen wir sie nicht. Machen wir jetzt erstmal das Video an der Stelle dicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.